Kapitel 49 Ich konnte nichts sehen. Etwas zerrte mich über den Schutt. Es war groß und beängstigend, mit stapfenden, knirschenden Schritten. Einen benommenen Augenblick lang glaubte ich, ich sei wieder Melchios Gefangener. Ich schlug um mich. Große Hände hielten mich fest. Schon gut, sagte Toms Stimme. Ich bin's. Ich hörte auf zu kämpfen. Mein Arm tat weh. Alles tat weh. Tom zog mich noch ein paar Schritte weiter, bis das Sonnenlicht schließlich die Oberhand über den dicken Staub gewann, der in der Luft hing. Ich lag auf der Straße und rang nach Atem. Als ich den Kopf hob, sah ich, was von dem Lagerhaus übrig geblieben war. So gut wie nichts. Die Fassade stand noch, aber der Teil, wo sich der Vorratsraum befunden hatte, war vollständig zerstört. Dort war nichts mehr außer geborstenen Steinen, ein paar kleinen Feuerherden und Rauch. Die Fenster des Lagerhauses nebenan waren zerborsten und an einer Ecke waren Brocken aus dem Putz gesprengt, wo herumfliegende Trümmer die Wand getroffen hatten. Tom und ich sahen nicht viel besser aus. Wir waren mit Steinstaub und Dreck bepudert. Auf seinem Gesicht klebte getrocknetes Blut, das aus einem langen Schnitt auf seiner Stirn stammte. Sein Hemd hing in Fetzen und war halb verbrannt. Die Haut auf seinem Rücken war rot und warf Blasen. Noch eine Wunde, die sich zu dem Schnitt in seiner Seite gesellte. Und er humpelte. Ich fühlte mich so, wie Tom aussah. Die Stichwunde in meiner Schulter pochte erbarmungslos. Der Schmerz in meinem Unterarm war noch schlimmer und wurde mit jeder Sekunde unerträglicher. Ich war mir sicher, dass der Arm gebrochen war. Das Hämmern in meinem Kopf wurde schlimmer. Hoffentlich hatte ich mir nicht auch noch den Schädel angeknackst. Wo ist Sally? fragte ich. Tom deutete hinter mich. Da lag Sally an der Wand des nächsten Lagerhauses. Genau wie wir war sie von einer grauen Staubschicht überzogen. Aus ihrer zur Seite geknickten Nase tropfte Blut. Sie rollte sich herum, hielt sich die Seite und stöhnte. Es war eine dumme Frage, aber ich musste sie stellen. Dr. Perret? Tom gab keine Antwort. Das war auch unnötig. Dr. Perret, Melchior und Galen hatten sich im Zentrum der Explosion befunden. Es wäre ein Wunder gewesen, wenn er überlebt hätte. Und Wunder waren in diesem Jahr in London äußerst rar. Ich streckte die Hand aus und umfasste Toms Arm. Er legte seine Hand über meine und senkte den Kopf. So blieben wir eine Weile und schwiegen. Tom, Sally und ich waren nicht die einzigen Überlebenden. Obwohl er der Detonation näher gewesen war als wir, hatte Henry es ebenfalls geschafft. Er kroch über die Trümmer und ließ sich an die Wand des gegenüberliegenden Lagerhauses sinken. Ein Bein war merkwürdig verdreht. Er starrte auf die Ruine des Lagerhauses und murmelte etwas vor sich hin. Er schien etwas aufzusagen, immer wieder und wieder. Aber er war zu weit weg, als dass ich ihn hätte verstehen können. Ich versuchte aufzustehen. Die Welt fing an, sich zu drehen. Sanft drückte mich Tom zu Boden. Nicht bewegen, sagte er. Ich versuchte es wieder. Wir können Henry doch nicht davonkommen lassen. Tom seufzte. Genau wie ich hätte er am liebsten seine Ruhe gehabt. Aber er humpelte auf den Mann zu. Allerdings kam er nur ein paar Schritte weit, dann blieb er stehen. Aus allen Richtungen strömten Menschen. Kein Wunder, die Explosion hatte vermutlich den ganzen Bezirk erschüttert. Die Bewohner Londons, die sich in ihren Häusern verkrochen hatten, waren herausgekommen, um nachzusehen, was geschehen war. Sie umringten uns, blickten blinzelnd in den Steinstaub, als würden sie zum ersten Mal das Sonnenlicht erblicken. Ein paar rannten hinunter zur Temse und füllten Wassereimer, um die letzten Flammen zu löschen. Die anderen standen bloß da und starrten. Meine Augen weiteten sich überrascht, als ein Trupp der Stadtwache durch die Menge marschierte. Und noch überraschter war ich, als ich sah, wer sie anführte, mit einem geöffneten Brief in der Hand. Es war Meister Aldeborn. Auch er starrte einen Moment die Trümmer des Lagerhauses an. Dann fiel sein Blick auf mich und er kam zu uns. Ich erkannte, was er in der Hand hielt. Es war der Brief, den ich Dr. Perrette geschickt hatte, in der Hoffnung, er würde ihn Lord Ashcombe weiterleiten. Es sah so aus, als hätte Dr. Perrette den kürzeren Weg gewählt und ihn dem Stadtrat überlassen. Wortlos streckte mir Aldeborn den Brief entgegen. Ich war zu müde, um zu sprechen, und so nickte ich bloß und deutete auf das zerstörte Lagerhaus. Aldeborn entdeckte seinen Sekretär, der immer noch an der Wand lehnte und vor sich hin murmelte. »Henry, Henry«, sprach Aldeborn ihn an, aber der kleine Mann reagierte nicht. Ich fand meine Stimme wieder. »Wenn ihr mit ihm redet«, sagte ich zu dem Stadtrat, »dann wird er euch einen Haufen Lügen auftischen.« Aldeborn runzelte die Stirn. Mit einer Kopfbewegung wies er auf den Brief in seiner ausgestreckten Hand. »Und das ist die Wahrheit?« »Ja«, er schüttelte den Kopf. »Das ist zu entsetzlich. Das glaube ich nicht. Das kann ich nicht glauben.« Ich deutete auf die Trümmer. »Wenn ihr darunter nachseht, werdet ihr die Beweise finden.« »Und die wären?« »Ungefähr siebenhundert Gineen«, sagte ich. Stadtrat Aldeborn zog die Augenbrauen hoch. Dann wandte er sich an die Stadtwache. »Fangt an zu graben!« Sie machten sich daran, seinen Befehl auszuführen. Aldeborn dachte kurz nach und rief dann zwei von ihnen zurück. »Bewacht ihn«, befahl er und deutete auf Henry. Die Mühe hätte er sich sparen können. Henry machte keine Anstalten zu fliehen. Er starrte nur mit verlorenen Blick auf die Trümmer und murmelte vor sich hin. Immer und immer wieder. Eine Zeit lang war das Poltern von Steinen und das Murmeln der Menge das Einzige, was ich hörte. Dann drehte sich der Wind und endlich verstand ich seine Worte. »Meine Jungen«, sagte er, »meine Jungen.«